Aber ich will eigentlich nur deine Brille, weil deine Brille, die müssen wir erst mal erforschen. Abwech auf die eine Seite. Tuch auf die andere Seite. Und jetzt kommt der wichtigste Moment. Hochis, Brillen, Schauma Shantoo Spezial-Effekt-Gerät. Man schraubt nicht auf. Nehmt noch mal ein Krebschen zu. Dann packt man die 733 Euro Brillierin. Schraubt zu. Guckt noch mal zur Kunde. Und jetzt kommt's. Schraubt zu. Schraubt zu. Schraubt zu. Darauf geht der Piot-Anteil. Ich führ noch mal den Apfel. Dann wird die dich jetzt automatisch ohne Piot-Brille. Mit besonders viel Vitamine. Und pass auf. Wie ist er? 1, 2, 1, 2, zack. Du merkst schon. Jetzt müsstest du einen Schnitt machen. Und in das Lächeln blinken. Die Kunde ist schon total emotional ergriffen. Und sagt, boah, bei mir war heute so ein Typ. Der hat mir nur einen neuen Dolm. Komm her. Mit dieser. Deine Clean-Brille. Von Grey Coffee. Immer in die Kamera lächeln. Das ist es. Boah.